Ich begrüße jetzt in Berlin Jürgen Haart, außenpolitischer Sprecher von CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Herr Haart, Joe Biden war gestern in Kiew, jetzt haben Sie gefordert, Olaf Scholz soll auch nochmal wieder nach Kiew fahren. Der war doch letzten Juni da, also viel früher als Joe Biden. Ist das jetzt nicht ein bisschen unfair? Ich glaube, dass wir als Deutsche mehr tun sollten bei der Unterstützung der Ukraine. Wir haben die Entscheidung von vor einigen Wochen, dass wir jetzt doch Panzer liefern. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Verteidigungsminister gesagt hat, die ersten Panzer werden bereits im März in der Ukraine sein. Aber es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir bereits im Herbst letzten Jahres diesen Schritt gegangen wären. Dann wäre die Situation in der Ukraine möglicherweise für unsere Freunde in Kiew günstiger. Ich glaube, dass der amerikanische Präsident mit seiner Reise ein ganz starkes Signal setzt. Man muss ja den Ablauf sehen. Es ist jetzt die Rede Joe Bidens heute Nachmittag und die Rede des russischen Präsidenten in Moskau, die uns ja vor einem Jahr so erschreckt hat. Das war ja die Rede, wo er mit diesen Kriegstönen angefangen hat. Und wir haben am Donnerstag in der Vereinten Nationen Vollversammlung in New York. Eine große Debatte und Resolution zum Thema Verurteilung dieses Krieges. Und ich glaube, Joe Biden will klar machen, wo er steht, wo Amerika steht. Und klar machen, dass diejenigen, die sich vor einem Jahr enthalten haben, vielleicht doch jetzt sich entscheiden sollten, einer entsprechenden Resolution, die den Krieg verurteilt, zuzustimmen. Und wenn jetzt der amerikanische Präsident mit dem osteuropäischen Staatsregierungschef zusammentritt, so wird natürlich unausgesprochen im Raum stehen, was tut Deutschland als Unterstützung. Und da wäre es gut gewesen, wenn der deutsche Bundeskanzler vielleicht noch mehr Präsenz in der Region gezeigt hätte, inklusive Kiew. Was tut Deutschland als Unterstützung? Immerhin, Deutschland, wir liefern jetzt ja Kampfpanzer an die Ukraine, als eine der wenigen Staaten, auch die modernen Leopard, äh, wenigen europäischen Staaten, die modernen Leopard 2-Panzer. Ja, Sie fordern jetzt zum Beispiel auch, dass man mal über eine Flugverbotszone nachdenken sollte in der Ukraine, zum Beispiel für den Fall, dass die russische Offensive mehr Erfolg hat, als man vielleicht sich vorstellen kann im Moment. Ziehen Sie uns damit nicht immer mehr in den Krieg hinein? Der Krieg ist unser Krieg. Ich sage Ihnen, wenn Putin es gelingen könnte oder gelingen würde, die Ukraine einzunehmen und zu besetzen, werden wir wenige Tage später die Einnahme von Moldau erleben. Wir werden wenige Monate später die Einnahme von Georgien erleben. Und wir werden dann erleben, dass Putin herausfordert, einen Landkorridor nach Kaliningrad zu bekommen. Das wäre dann über NATO-Territorium und dann wären wir mittendrin in diesem Konflikt, den wir unbedingt vermeiden wollen. Ich bin ja der Meinung, dass in dem Augenblick, wo wir bereits letztes Jahr mehr getan hätten, wir möglicherweise die Situation hätten vermeiden können, dass wir jetzt in eine zusätzliche Eskalation derart hineingeraten, dass wir andere Dinge diskutieren müssen. Ich bin auch gegen Denkverbote. Ich glaube, dass Flugzeuge zum jetzigen Zeitpunkt nicht das geeignete Mittel sind. Die Ukrainer brauchen Flugabwehr. Aber ich bin gegen Denkverbote und ich bin vor allem nicht dafür, dass wir unsererseits alles Mögliche bereits ausschließen. Darüber freut sich ja nur Putin. Das Gedankenexperiment muss aber erlaubt sein. Was passiert denn, wenn tatsächlich Kiew in Bedrängnis geraten sollte, wenn es droht, dass Kiew fällt in den nächsten Wochen oder Monaten? Das ist ja immerhin ein nicht wahrscheinliches, aber ein denkliches, bares militärisches Szenario. Und darauf müssen wir im Westen schon vorbereitet sein und deswegen keine Denkverbote. Keine Denkverbote, aber machen müssen es dann ja wahrscheinlich am Ende die US-Amerikaner. Denn Deutschland hat ja überhaupt nicht die Mittel, sich jetzt sozusagen militärisch dort noch sehr viel stärker zu engagieren. Und das liegt ja letztendlich auch an einer Bundesregierung, die jahrzehntelang unter der CDU geführt wurde. Ich habe selbst im Januar 2018 mit den SPD-Kollegen den damaligen Koalitionsvertrag verhandelt, in dem wir als Union darauf bestanden haben, dass wir das 2-Prozent-Ziel einhalten. Wir haben uns dann mühsam mit Finanzminister Scholz, er ist ja dann Finanzminister geworden in dieser Regierung, darauf geeinigt, dass wir auf 1,5 hochgehen. Unter Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen ist das Verteidigungsbudget von über 30 auf 55 Milliarden angewachsen. Wir hätten mehr für richtig gehalten. Ich stelle fest, dass jetzt im Augenblick heute wir vermutlich, wenn man das Jahr 2022 betrachtet, nicht nur im Blick auf das Bruttosozialprodukt im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, sondern sogar vielleicht absolut weniger ausgegeben haben als im Jahr 2021. Und das ist ein krasser Widerspruch zu dem, was Olaf Scholz bei seiner Rede am 27. Februar, die wir begrüßt haben, angekündigt hat. Und das ist etwas, was bei unseren Partnern sehr kritisch gesehen wird, dass wir von den Ankündigungen mehr zu tun für die Bundeswehr bisher so wenig umsetzen. Und im Blick auf die Panzerlieferung an die Ukraine, wir haben in erster Linie von Panzern gesprochen, die bei der deutschen Rüstungsindustrie auf dem Hof steht, die ausgemustert ist bei der Bundeswehr, die mit vergleichbar geringen Mitteln innerhalb weniger Monate hätte kampfbereit gemacht werden können für die Ukraine. Diese Entscheidung, diese Anweisung oder diese Möglichkeit zu eröffnen, dafür auch Geld zur Verfügung zu stellen, dieses Gerät, das die Bundeswehr nicht braucht und das die Bundeswehr nicht geschwächt hätte, bereitzustellen. Diese Ankündigung ist der Bundesregierung nicht gefolgt. Das finden wir falsch und das kritisieren wir. Aber umso mehr unterstützen wir natürlich jetzt die Entscheidung, die vor drei Wochen nach dem denkwürdigen Zusammentreffen von Macron und Scholz in Paris getroffen worden ist. Sie haben es schon angesprochen und wir werden natürlich bei Phoenix heute darüber berichten. Das ist die Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation. Wir haben jetzt viel über Konfrontation gesprochen und der Sprecher des russischen Präsidenten Peskov hat ja auch schon im Vorfeld gesagt, heute wird sich Wladimir Putin zum Krieg Russlands in der Ukraine, es wird ja immer noch Spezialoperationen genannt, äußern. Muss man nicht trotzdem versuchen, etwas gesichtswahrend auch Wladimir Putin anzubieten, bei aller Konfrontation, über die wir eben gesprochen haben, damit er möglicherweise auch Wege findet aus diesem Krieg heraus? Also der Jahrestag fällt ja zusammen quasi mit auch witterungsbedingten neuen Möglichkeiten, auf beiden Seiten militärisch zu operieren. Und ich fürchte, dass in den nächsten Wochen tatsächlich beide Seiten versuchen werden, entscheidende Veränderungen herbeizuführen und dass Putin im Augenblick möglicherweise sich in den letzten drei Monaten besser aufgestellt hat, als wir das getan haben, eben weil wir mit der Unterstützung für die Ukraine so zögerlich waren. Ich sehe auch diese chinesische Ankündigung eines sogenannten Friedensplans skeptisch, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn wir das am Freitag hören und feststellen, dass die Ukraine das nicht akzeptieren kann, weil nämlich von ihr verlangt wird, dass sie Territorium an Russland abgibt, dass dann China sagt, wir haben es ja versucht auf dem diplomatischen Wege, jetzt geben wir unsere Zurückhaltung auf und unterstützen ganz konkret auch Russland mit Waffen. Das wäre eine neue Eskalation, die wir bisher vermeiden konnten. Und ich glaube, das wird auch ein zentraler Punkt sein, den der amerikanische Präsident mit den Osteuropäern bespricht. Ich sehe im Augenblick keinen Friedensvorschlag an die Ukraine, den die Ukraine akzeptieren könnte, außerdem, dass Putin seine Truppen aus dem Staatsgebiet der Ukraine zurückzieht. Und im Übrigen steht überhaupt nicht zur Diskussion, irgendetwas in Russland zu verändern. Also wir wollen weder einen Sturz Putins im Kreml noch einen Regime-Change. Wir wollen auch keinen Quadratzentimeter russischen Territoriums irgendwie an die Ukraine übergeben oder so. Es ist ja so, dass der gesamte Krieg auf dem Boden der Ukraine stattfindet. Es leiden nur ukrainische Zivilisten unter diesem Krieg. Russische Soldaten, ukrainische Soldaten, aber was die Zivilbevölkerung angeht, die russische Zivilbevölkerung ist praktisch nicht betroffen von diesem Krieg. Und es wäre ein leichtes für Putin, diesen Krieg zu beenden. Er müsste seine Truppen zurückziehen. Und umgekehrt, wenn die Ukraine sagen würde, wir hören auf zu kämpfen, dann wäre die Ukraine zu Ende. Und dann würde Putin uns dicht an die Pelle rücken, an die Grenze der NATO heranrücken. Und das wäre ein enormes Problem für uns alle. Und ich hoffe, dass es gelingt der Ukraine, diese russische Aggression zurückzuwerfen und abzuwehren. Das ist in unser aller ureigensten Interesse. Und deswegen sollten wir der Ukraine jede Unterstützung geben. Einschätzung von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher von CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören.